Guten Morgen, dritter Seetag, drittes Training. Es geht jetzt ins Gym und es ist noch sehr früh, aber es gab schon wieder eine Zeitumstellung. Jetzt haben wir uns die Stunde wieder weggenommen. Und ja, heute ist Seetag, ganz viel relaxen, nachher geht es zur Massage. Also ich glaube, hier gibt es nicht so viel zu sehen. Das Essen seht ihr im Food Diary. Mal gucken, was der Tag so bringt. Auf jeden Fall viel Erholung und Entspannung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Heute geht es auf die Cayman-Insel. Ich habe meinen Geldkoffer dabei. Nein, es geht zu den Rochen. Und das heißt, ich schwinke immer wieder zur GoPro. und die Kamera hat heute Pause. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt könnt ihr euch direkt das nächste Video anschauen und natürlich auch ein Abo dalassen, damit ihr kein weiteres Video auf meinem Kanal verpasst.